und herzlich willkommen zurück zu the witcher the enhanced edition ja es geht ach nein hier ist der ende im gelände ach hier ist ja auch wo komme ich jetzt wie komme ich hier jetzt raus ah gott sei dank okay ich dachte ich wäre verloren so dann gucken wir jetzt auch mal ich habe keine ahnung mehr wie die quest lautet die wir gerade verfolgen der hunde vertrag ich muss sechs gläser mit hunde hundeteig für den toten gekommen der komplize als zeug ich muss das haben wir nicht schon für stech ist es dachte ich hätte schon für stech feuerstein als zu koppel zuckerpuppe zuckerpüppchen unbekannter trank ich will es gar nicht erst wissen ich habe jetzt f1 super f2 f3 so was macht er vier ja f4 macht das gar nichts ach nö jetzt habe ich ja noch eine mission ich würde sagen ich habe keine ahnung ist es einer klinge ich muss zum gartenhaus zum haarigen bären geben mit spielern sprechen zum haarigen bären da beim lagerfeuer also ach sogar schon in der richtigen richtung das ist doch schön hallo das war hier ne da so voll der assi alter deine mom etwa gasthaus zum haarigen bären da sind wir richtig okay mit den spielern reden ich glaube das kriege ich noch hin ach nee das war ja eine der sachen die ich nicht kann vor allem was für spieler lauten 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 spieler okay dann hat es schurke munro war da boah jetzt müssen wir ernsthaft ins bordell ja und du wie deine mom der würfelspieler wir sind auch würfelspieler spieler ja komm los 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 papa will ein paar gute zahlen oha der hat schwarze würfel der cheat schwarze ihr habt zwei paare gegner hat paar ich glaube den rest kann ich lassen ne ach schon eine gute zahl du wirst mich verarschen oh der hat noch schlechter ähs ich check das spiel nicht ich glaube man muss viel mehr von einer sorte haben ich glaube das ist so ich weiß es aber nicht zwei paare äh das das und das papa will zweier komm schon fuck you genau da du missgeburt ähm ich glaube ich habe keinen bock auf die quest gesucht um die feinde des professors zu finden sollte ich mit jeffro sprechen mit denen soll ich noch fürs dach holen vielleicht lohnt es sich zu überprüfen was in einem lagerhaus edel 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 edelviertel und dann vorgeht keine beweise ok Kriege ich hier etwa Fistech her? Von wie? Ach, Schankwirt, hat der bestimmt Fistech. Der hat kein Fistech. Hab ich etwa doch Fistech? Ich hab keine Ahnung, ey. Spuren, das... Nein, ich hab kein Fistech. Ich hab doch kein Fistech. Hm. Also hier krieg ich kein Fistech. Ah, bestimmt hier. Ah, okay, wir können's uns leisten. Ja, ja. Geh weg aus dem Weg, du fetter Hund! Wah. 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 Die hatte ich schon mal. Oh Gott. Wir müssen zu Jeffro. Nochmal da lang, dann nochmal geradeaus, dann durch dieses kleine Minigässchen. Okay. Denke, das kriege ich hin. Und nachher bin ich am Arsch der Welt. Oh, mein Mädelchen. Oh, mein Mädelchen! Denn hier rechts, dann da vorne geradeaus. Hier sind die Toten, die mich nicht zu viel interessieren. Jeffro! Ist hier etwa Jeffro? Stadtwache. 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 Vincent Meis. Jeffro ist da unten, ne? Da unten drin müsste er sein. Hoffe ich erstmal, wenn nicht, bin ich dumm. Ähm... Ja. Ich weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in mein Gedanke. Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Ich weiß doch kaum etwas. Vielleicht. Aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin... Irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Carla? Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Diesem Laster soll... Vielleicht. Aber nicht heute. So, und was hat das jetzt gebracht? What the actual fuck? Ich hab' eigentlich gar nicht gedrückt, aber okay. Äh, okay. Äh, äh, äh. So. Wir müssen irgendwie da rein. Abgeschlossen. Scheißdreck. Wie kommen wir da rein? Ich geh' einfach rein. Was hat denn jetzt nicht gestört? Aber doch. Ich geh' rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ähm. Ich glaub' ich probier' das mal aus. Kein Durchgang. Ich geh' rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ich geh' rein. 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 Ich kämpfe gegen die Pest. Da ist nicht viel Zeit zum Glauben. Wann können wir? Ich hab' ein Zimmer am. Du. Schnell. Ich hab' ein. Du. Bei dem Hau. Schnell. Mann. Okay. Ähm. kranker Mann. Kranker Mann. Kranker Mann. Kranker Mann. Zehn Euro? Ohrens? Fick dich. Krankenschwester. Krankenschwester. Na, Ladies. Was liest'n ihr da Schönes? Lass mich auch mal. Ja. Okay, geht. Steht Kritzel und Krackel drauf. Ja, jedes Laken hat dasselbe Blutfleck. Ähm. Das. Ist das. Warte. Ihr ekelhaften. Kurt und Regionen der Nordlinge. Meins. Ich meinte, das hab' ich jetzt so verschlossen. Abbuch kann ich auch ganz gut gebrauchen. So. Äh. Ja, ja. Bla bla. Ja, ja. Bla bla, sagte ich. Jetzt sogar Puppe. Püppchen. Oh Gott, ich bin dumm. Kann ich jetzt rein? Von dort? Oh Gott. Fuck you. Äh. Ich bräuchte kurz ein Lagerfeuer. Also in der Nacht. Was heißt bei denen Nacht? Ja, ja. Heiz mal. Boah, halt die Fresse, Fotze. Nur du bist ne... Warte, ich... Ne, egal. Ähm. Nur eine tote Fotze ist eine gute Fotze, was? Was laber ich hier eigentlich? Puppe. So. Wir machen's mal nachts. Na... Ich wollte das nicht mal. Ich hab zu schnell gedrückt. Ich bin einfach... Ähm. Wie es dir aber nicht juckt, dass wir hier sitzen. Wo ist denn die schöne Cardamom hin? Cardamom. Da muss ich auch nochmal rein. Aber nicht mit euch. Hehehe. Nein, Spaß. Ähm. Das ist nix für euch. Nur so. Jeffro, Jeffro. Wenn wir jetzt nochmal bezahlen müssen, bringe ich ihn um. Beinahe. Aber die Schwestern hier sind auch etwas pervers. Autsch. Wenn das jetzt nicht klappt, ich hab dir jetzt 20 Euro gegeben. Das heißt, ich Ohrens. Ich will ihn nur... Ah. 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 Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet. Da ist ein Aufruhr auf dem Flur. Verdammte Schotten. Ah. 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 Es ist... In einem Krankenhaus morden. Wie ekelhaft ist das denn bitte? Ich will sagen, die haben richtig Bock. Ey. Wo ist die Hure? Was sagst du über deine Mutter? Ich hab grad das Silberschwert ausgewählt, ne? Du miese, dreckiger Hure und so. Okay. Ihr habt echt was drauf. Oh. Überreste. Er ist tot. Mein Geld. Auch mein Geld. Wozu? Ich frag einfach gar nicht. Meins. 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 Oh. Hey, ich hab fast alles Geld wieder zurückbekommen. Ist doch schön. Wir klauen jetzt Damen unterwäsche. Dein Ernst? Okay. Okay. Und damit würde ich sagen, das war's von dieser Aufnahme. Ähm. Ähm. Danke fürs zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Äh. Ja. Tschüss. Äh. König. Erst. Vielen Dank.